Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Halo Infinite. Versuchen wir das mal vielleicht jetzt etwas erfolgreicher. Mit den Angriffen. Mhm. Autsch, Autsch, Autsch. Ah ja, ich glaube ein bisschen Dauerfeuer ist hier gar nicht so verkehrt. Habt ihr alles zerlegt? Bleibt mir fast so. Nein. Gerne. Dafür bin ich doch da. Sehr gut. Na hier. Hm, grad nicht, danke. Du, als nächstes die Städte untersuchen. Haben wir sonst in der Ecke noch irgendwas zu tun? Na, ich glaube nicht. Den haben wir jetzt, dann wärst du noch dran. Als nächstes. Schauen wir mal, wie sieht's mit Munition aus? So weit ganz gut, glaub ich. Sehr gut. Ja, bist ja doch echt fix unterwegs. Okay. 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 Ich hab letztes Magazin wieder gefressen. Na gut, da gehen, glaub ich, auch einige Schüsse daneben. Schön. Vielen Dank fürs Nachladen. Dann können die uns aber auch erstmal nix mehr... Hä? Hm. Hauptsache der ist mal weg. Ach, da ist er. Oh, da unten. Ah, das war wahrscheinlich euer. Ja. Aber noch einer? Da müssen wir eh dahin. Da einmal kurz nachladen, bitte. Hallo. Schade. Mhm. Na gut, da war die Lebensergie wieder weg. Ich dachte nicht, dass der Typ da oben so Verrüstung hat auf einmal. Das war ein wenig unerwartet. Dann nochmal. Gut. Dann haben wir das alles zerlegt. Ja, die holen wir dann gleich erstmal Munition. Bei dir macht's ja, glaub ich, echt... Eher sind da mal... Mensch, ärgere dich nicht, ne? Gut. Guck mal. Immer geht das ja viel besser. Ui. Okay. Da muss ich runter. Was habt ihr noch Schönes für mich hier? Nix, ne? Das sieht auf den ersten Blick mal nach nix aus. Du brauchst hier gar nicht zur Verstärkung hinrennen. Das kannst du mal schön knicken. Ja. Und wieder schwer gekämpft. Das sind unsere. Das nicht. Okay. 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 Dann geht ihr mal weg. Der Feind bekommt Verstärkung. So. Dann fahren wir doch mal schnell weg. So. Sehr schön. Verstärkung. Und... Wollt. Wollt. Ja, ich glaub'n Granatarmt jetzt nicht so... Okay, teilweise baut ihr doch wieder etwas mehr Schuss, als mir lieb ist. Gerade du, aber du warst ja auch etwas dickerer. Waren sie jetzt, oder? Ah, nicht ganz. Sehr schön. Vorerst sind wir sicher. Aber das wird nicht ewig so bleiben, denke ich. Melde mich zum Dienst. Verstanden. Halte Ausschau. Genau so, Chief. Mein Kamerlin drückt an. Okay, wo wollt ihr landen? Au. Sehr gut, wieder Munition. Sehr schön. Was denn? Irgendwas tolles gefunden? Scheint erst mal... Tja, Ihre Entscheidung, Chief. Nicht so zu sein. Ich seh' ja nix besonderes. Tut mir leid. Bewegung. Ist da auf der Karte noch was markiert? Nö. Ja, das haben wir alles. Dann lass uns doch mal die Waffenkammer noch schnell einsammeln auf dem Weg. Oh, dann geht's halt wieder weiter. Hm. Ah, ich glaub für die... Ist halt zu wenig Munition drin. Direkt wieder leer, das Ding. Ah ja, da können wir mal testen, ob wir das zerlegen können. Aber da war ja glaub ich nix, was irgendwie... So, das war's mit dir. Ah, Schmetterlinge. Nee, da scheint nix zum Zerstören zu sein. Okay. Ist klar, dann geh ich jetzt doch weiter runter. Hui. Schnappen wir uns noch ein bisschen was hier an Gegenständen. Sehr gut. Oh, der leh ich jetzt erst mal. Wie das hier aussieht. So, sehr schön. Noch jemand? Natürlich im Wasserfall, oder? Haha. Beziehungsweise in der Nähe. Komm, wechseln wir mal durch. Die war auch immer ganz cool, die Waffe. Wo er leider jetzt nicht so viel Munition hat. Aber wird schon passen, denke ich. Ja, gut. Damit haben wir alles hier soweit abgefristet. Hier unten wäre noch ein Trupp auf dem Weg. Ach, da können wir noch schnell reisen. Sehr gut. Ja, machen wir den Abstecker noch und dann geht's da unten weiter. Hui. Ah. Oh, hat sich gelohnt. Da oben, glaube ich. Das war's mit euch. Das war's mit euch. Das war's mit euch. Da ist er. Ich denke, das dürften alle gewesen sein. Schutzhaltung einnehmen. Aufprall auf dem Ring in 5 Sekunden. Meldung, Marines. Alles gut, Spartan, Stone. Kratzer und Beulen. Nichts weiter. Verstanden. Ich öffne die Luke. Wir schwärmen paarweise aus. Auf dem Ring wimmelt es schon von Verwandten. Seien sie auf alles gefasst. Ja, die Schmiede von Tesch. Alles okay, Marine? Ja. Bei all dem Ärger, für den diese Dinger verantwortlich sein sollen, hätte ich mir gedacht, ist der Oberfläche das Ding so. Schütz die Schmiede von Tesch. Ja, können wir später machen. Wenn der Spartan ist, streckt ihn nieder. Der Spartan ist hier. Wir haben die Ehre, ihn zu töten. Ich geh erst noch die Truppen hier befreien. Vielleicht können die ja auch ein bisschen helfen dann. Ich glaub, das ist gar nicht verkehrt. Gerne. Ja, hättest du mal getroffen. Das ist doch schön. Was? Das ist schon? Nicht alle, zumindest. Zumindest nicht alle. Habt ihr noch irgendwas Tolles hier? Ne, scheint nicht so. Äh, leider auch kein Wagen. Aber gut. Au. Nö, einfach nur das Zeug, das ein Weg rumliegt, wo ich drüber gefahren bin. Das passt schon. Gut, Schmiede von Tesch. Dann stopfen wir uns die mal. Oh. Haben uns ja schon mal angekündigt. Von daher wäre es unhöflich, wenn wir nicht noch vorbeischauen. Okay. 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 So, das läuft ja schon mal ganz gut. Kann ich da was treffen? Ich glaube nicht so wirklich, ne? Ja, und dann muss ich auch erst mal aufmachen. Aber das ist ja auch kein Problem. Das bringt mir gerade mal nichts. Gut, wie sieht's denn aus? Diverse Reparatur-Docs und Treibstoff-Silos. Wenn wir die zerstören, ist der Außenposten erledigt. Guck! Ich hatte das Ding irgendwie besser, muss ich ja zugeben. Okay, ich werde probably noch mal wechseln. Okay. Schön. Ich brauche nur noch eine Waffe, tatsächlich. Ich dachte immer, dass ich ein bisschen mehr schadet. Aber gut, dann können wir hier in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter schauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß, habt beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.